Die EMK selbst ist der zweite Grundrechtskatalog, der für uns existiert. Die EMK ist in Wahrheit das Ergebnis von Zerwettgeräten, und auf diesen Zerwettgeräten ist man zur Erkenntnis gelangt, dass es so nicht gehen kann, und dass es da zig Millionen Tote gegeben hat, ist auch allgemein bekannt, und all diese Rechte werden jetzt beiseite geschoben, sie werden beiseite geschoben, und als Begründung wird angeführt, diese Viruserkrankung, die zwar Menschen trifft, das ist keine Frage, das erkranken Menschen daran, aber eine Epidemie, die die Allgemeinheit gefährdet, die viele Menschen zu Tode bringt, ist es nicht. Man sieht es ja auch an den Sterbezahlen, die sich kaum unterscheiden von dem, was üblicherweise an Sterbefehlen vorhanden ist, und da muss man sich auch umfragen, warum das alles passiert. Medizinische Gründe, epidemiologische Gründe sind es nicht. Und ein weiterer Punkt ist, dass immer wieder vergessen wird, dass unsere Grundrechte die juristische Basis unseres Wirtschaftssystems sind. Man sieht es ja, dass es mit der Wirtschaft bergab geht, wenn die Chefs der österreichischen Gesundheitskassen bei uns und Herrn Anschober da vorstellig werden, und also festhalten, dass sie dann hunderte Millionen fehlen, ich meine, es wird die Milliarde wahrscheinlich schon erreicht sein, ne, und das im Ergebnis eine Grundrechtseinschränkung ist, ne, dass das Ergebnis eine Grundrechtseinschränkung ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, dass Grundrechte eine große wirtschaftliche Bedeutung haben in unserem Gesellschaftssystem. Und wenn man das auch vergleicht, grundrechtsgeprägte Gesellschaft und unsere Gesellschaft, wie unsere Gesellschaft und Gesellschaften, die halt nicht so grundrechtsgeprägt sind, dann steigen die Gesellschaften, die grundrechtsgeprägt sind, wirtschaftlich immer einiges besser aus, als die, die diese Grundrechte nicht haben. Ich meine, es ist ja irgendwie auch klar, ne, wenn jemand den Freiraum besitzt, zu wirtschaften, sich beruflich zu entfalten, leistet er mehr, ne, als derjenige, der halt irgendwie gegängelt wird, ne, der halt von irgendjemand durchs Leben geleitet wird, für einmal sagen wir so, ne, der wird dann weniger leisten, der wird weniger wirtschaften, und dann wird es uns allen eben schlechter gehen, ne, und das ist halt leider so, ne, jetzt, man sieht es ja, man sieht es ja ziemlich, also klar und deutlich, ne, dass das mit der Wirtschaft bergab geht, und es braucht keiner glauben, dass das auf das Gesundheitssystem keinen Einfluss hat. Es wird Einschränkungen geben, es wird Einschränkungen geben müssen, weil das Geld einfach nicht mehr vorhanden ist, das ist einfach eine Tatsache. Und da, ja, wenn wir uns ein bisschen bescheiden müssen, und dann dieses Argument, ne, dass die Gesundheit das Wichtigste ist, und das, ja, und die Gesundheit steht über allem, ja, und so weiter und so fort, ja, das ist halt, wissen Sie, ich sag halt immer, man muss aufpassen, wenn ein Mensch mit Donarargumenten argumentiert, ne, diese Donarargumente sind meistens ein Zeichen dafür, dass Unsinn geredet wird, ne. Ja, sicherlich ist die Gesundheit wichtig, ne, sicherlich ist die Gesundheit wichtig, aber man muss sich halt schon einmal fragen, warum gibt es kein Grundrecht auf Gesundheit, oder was auch immer, wie man das dann so formuliert, warum gibt es das nicht, ne. Weil, weil das ein Grundrecht nicht leisten kann, ne, ich kann ein Grund, ich kann grundrechtlich eigentlich die Gesundheit nicht enden machen, was, was soll ein Richter nur sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin grant und glaube jetzt mein Recht auf Gesundheit ein, dann kann ich nur sagen, geh zum Arzt und dann wünsche ich gute Besserung, also, er kann auch nicht mehr tun als ein, als ein, als ein normal Bürger, aber, aber grundrechtlich können eben bewirken, dass es uns alles besser geht, dass wir mehr erwirtschaften, dass dann ein Teil dieses Erwirtschafteten ins Gesundheitssystem geht und dann wir eben einen Arzt haben, ein Krankenhaus, wenn wir das brauchen. Nur das ist jetzt zunehmende Gefahr. Und das müssen wir uns alle ein bisschen, ein bisschen vergegenwärtigen, wenn das Argument kommt, die Gesundheit geht vor. Also, sicher geht sie vor, aber, jetzt müssen wir uns überlegen, wie schützen wir die Gesundheit, wie schützen wir uns, wie, 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 wie machen wir das, dass es uns gut geht, ne. Durch Grundrechtseinschränkungen wird das nicht funktionieren. Also, das ist einmal ganz sicher und das ist, scheint ja auch jetzt, auch für jeden bewiesen zu sein, ne. Das ist einmal der Punkt 2. Jetzt kommen wir zum Punkt 3, das ist mein Lieblingsthema, ne, das ist der Lockdown, ne, der Lockdown. Also, also, ich bin jetzt angewaltet, führt ja, das Regime, was wir jetzt haben, ne, zu gewaltigen Einkommenseindungen, ne. Bei diversen Leuten, die Geschäftsleute haben weniger Einnahmen, es gibt Arbeitslose, Kurzarbeit, kurzum, den meisten Menschen, geht es schlechter, ne, haben Angst um ihre Existenz, um ihren Job. Aber da gibt es Ausnahmen, da gibt es Ausnahmen. Gibt es einen Lockdown für Politiker? Wird deren Geldkörse schneller? Also, ich habe nichts gehört, dass ein Politiker weniger bekommt, dass es da einen Lockdown für Politiker gibt, die wirtschaftlichen sind. Das ist wirklich für Beamte. Also, Beamte haben keinen Lockdown. Denen geht es genauso gut wie vorher, denen geht es sogar besser, weil es ihnen relativ besser geht, ne. Weil mein Einkommen gleich bleibt und der andere geht wirtschaftlich mehr. Ein Grabhau im Verhältnis und relativ betrachtet mehr, als der andere im Vergleich zum vorhergehenden Zustand. Oder mit Luxuspensionisten. Also, das ist etwas, was mich gewaltig nervt. Warum wir in der heutigen Zeit Pensionen ausbezahlen, die höher sind als die ASVG, Höchstpensionen, erschließt sich mir nicht. Also, ich meine, für viele ältere Menschen wird ja das gemacht, ne. Dann erwarte ich mir wenigstens von denen, die mehr haben als Pension, dass sie sie entsprechend einschränken und sich auf das reduzieren, was alle als Höchstpensionen in der Lage sind zu bekommen. Also, kommt mangel an Solidarität aller Orten und das sollte man vielleicht ein bisschen deutlicher zur Sprache bringen. Und die nächste Berufsgruppe sind meine Journalisten. Das ist auch so ein Brenner, ne. Also, beim ORF, bei den Gebühren hat sich nichts geändert, ne. Da wird weiter fleißig abgesillt, ne. Auch deren Einkommen bleibt gleich. Von der Presseförderung, ja, ganz abgesehen, ne. Geld überwindet offenbar jeden ideologischen Graben, ne. Also, wenn man sich die Zeitungen so anschaut, werden alle Kurz und Co unterstützt. Also, normalerweise wäre das nicht der Fall, ne. Aber wie gesagt, die Presseförderung macht es wirklich. Also, da muss man schon sagen. Also, wie das funktioniert, ne. Also, Geld ist die einzige Erklärung hierfür. Das war Punkt 3. Jetzt komme ich zum Punkt 4. Das ist etwas, was vielleicht ein bisschen neu ist. Es geht um unsere Ärzte. Die Ärztekammer ist ja sehr aktiv bei Ärzten, die halt versuchen, die Fakten korrekt darzustellen, also korrekt darzustellen und sich in ihrer Meinungsäußerung von der Regierungslinie unterscheiden, ne. Jetzt ist Dr. Eifler, ich glaube, das Schicksal werden Sie bereits kennen, ne. Der hat ja seine Approbation verloren. Und jetzt muss man sich fragen, wann kann ein Arzt seine Approbation verlieren? Wie geht das überhaupt? Welche Pflichten hat ein Arzt? Was muss er tun? Wie muss er die Pflichten verletzen, um diese Befugnis zu verlieren, als Arzt tätig zu sein, ne. Da gibt es Berufspflichten, ne. Berufspflichtverletzungen, ne. Das Ärztegesetz spricht von diesen und sagt, bei der Verletzung von Berufspflichten, eigentlich ist es ja nur eine, wie wir dann sehen, hören werden, dann kann er seine Approbation verlieren. Was ist die Berufspflicht? Der Arzt hat eigentlich nur eine Berufspflicht, nämlich die gegenüber dem Patienten. Das ist schon im Ärztegesetz, das ist auch ausjudiziert, ne. Da gibt es Aufsätze in diversen rechtlichen Fachzeitschriften. Die Berufspflichten beschränken sich auf Pflichten gegenüber dem Patienten. Also es ist keine Berufspflicht eines Arztes, quasi Regierungsmeinungen zu vertreten, ne. Oder Kammeransichten, ne. Das beschreibt mir irgendwo. Das ist nur irgendwo gestanden und es gibt auch keine Rechtsprechung dafür. Der Veräubungsgericht hat sofort das klargestellt. Also da gibt es, ich weiß nicht, ob Sie den Dr. Leubner kennen, da gibt es eine Entscheidung. Der hat auch seine Suspendierung oder seine Entscheidung über den Verlust der Approbation aufgehoben. Genau mit dieser Dokumentation. Also wenn ein Arzt einen Fachaufsatz veröffentlicht, eine wissenschaftliche Kommunikation veröffentlicht, die beispielsweise der Pharmaindustrie nicht gefällt, ne. Fangen wir mal so, ne. Oder der Regierung nicht gefällt oder der Kammer nicht gefällt, ne. Dann ist es kein Grund, kein Grund, ihm die Berufsberechtigung zu entziehen, ne. Das geht nur dann, wenn er in einer konkreten Behandlungssituation einen Patienten schädigt. Dann ist das möglich. Und es ist auch nur dann möglich, wenn das ein gewisser Dauer zugestanden ist. Also wenn man einem Doktor sagen muss, naja, vielleicht hast du doch nicht den richtigen Beruf, ne. Also dann kann man das sagen. Also eine einmalige Fehlleistung wird auch nicht dazu führen. Aber eines kann es nicht sein. Also dass jemand durch allgemeine Äußerungen, also durch Demonstrationen oder Fachpublikationen, seine Berufsberechtigung, ich glaube ja, seine Berufsberechtigung verliert. Und auch also, was diese Atteste betrifft. Also das Ärztegesetz ist da auch ziemlich eindeutig. Man kann jetzt schreiten unter Dr. Eifer, das geschickt war. Ja, das kann man diskutieren. Aber das ist ja nicht die Aufgabe des Juristen. Der Jurist muss ins Gesetz schauen, ne. Und sagen, ist das entgegen dem Ärzterechte. Und da muss man halt sagen, ein Arzt kann nach gewissenhafter ärztlicher Untersuchung einen Attest ausstellen. Ja, so steht es drinnen. Aber es steht nicht drinnen, dass er den Patienten oder den, den er da beurkundet, also der PPQ-Dachte, dass er den persönlich sehen muss. Weil ich sage ganz offen, ich muss auch einen Patienten nicht sehen, um ihm zu attestieren, dass Rauchen schädlich ist. Also jeder weiß, dass Rauchen schädlich ist. Und es sollte mittlerweile jeder wissen, dass auch die Masken schädlich sind. Und da muss ich eine CO2-Messung unter der Maske nicht quasi am Patienten persönlich durchführen. Das mache ich einmal oder irgendwann. Ich misse das und das war's. Und damit weiß ich Bescheid. So. Ich hoffe, es war ja informativ genug. Ich stelle so gut. Danke, Herr Dr. Roman Schießler. Also bitte schaut nach auf seiner Homepage, rechts an Frau Dr. Schießler. Da braucht es noch eingehen ins Internet. Ihr kommt sofort auf seine Homepage. Und dann seht ihr die einzelnen Corona-Stammtische, die er mit Frau Dr. Konstantina Rösch in den nächsten Wochen in Österreich durchführen wird. Also bitte meldet euch an. Und wenn ihr übrigens Fragen habt, es wird im Anschluss als Programm die Möglichkeit geben, an die Redner Fragen zu stellen. Ihr habt extra meinen gelben Hut auf, damit ihr mich seht. Und kommt zu mir, während die Redner herum sind und stellt mir eure Fragen. Ich werde da ein bisschen was zusammenstellen und dann können die beantwortet werden. Danke, Roman. Vielen Dank.